Tun dir manchmal die Waden weh, wenn du ein paar hundert Meter gegangen bist? Wenn das der Fall ist, solltest du unbedingt mal eine gefäßmedizinische Fachpraxis aufsuchen. Das gilt vor allem dann, wenn du rauchst oder schon über 65 bist. Die Beschwerden können auf eine gefährliche Volkskrankheit hindeuten, die sehr viele Menschen in Deutschland betrifft und die allgemein unter dem eher verharmlosenden Namen Schaufensterkrankheit bekannt ist. Das typische Anzeichen dieser Erkrankung ist, dass die Betroffenen nur noch kurze Strecken gehen können. Denn sie werden immer wieder durch Schmerzen in den Beinen zum Stehenbleiben gezwungen. Der medizinische richtige Name für die Schaufensterkrankheit lautet Periphere Arterielle Verschlusskrankheit, kurz PAVK. Ich werde dir in den folgenden Minuten erklären, was eine PAVK genau ist und welche Behandlungsmöglichkeiten es heutzutage gibt. Außerdem werde ich dir sagen, was du tun kannst, um das Entstehen oder Voranschreiten einer PAVK möglichst zu verhindern. PAVK, was ist das eigentlich? Grundsätzlich können Gefäßerkrankungen alle Abschnitte des Blutkreislaufs im Körper betreffen. Also zum Beispiel auch die Gefäße des Lungenkreislaufs. Bezogen auf die Häufigkeit und die Schwere der Erkrankung stehen die Gefäßerkrankungen der Beine aber an erster Stelle. Ich werde mich daher in diesem Video auf die PAVK beschränken. Der ausführliche deutsche Name Periphere Arterielle Verschlusskrankheit erklärt das Wesen einer PAVK eigentlich schon ganz gut. Bei einer PAVK sind die Schlagadern, also die vom Herzen wegführenden Arterien, verengt oder verstopft. Und zwar nicht die Arterien in der Nähe des Herzens, sondern die am Rande des Blutkreislaufs, in der sogenannten Peripherie. Gemäß dieser Definition kann eine PAVK deshalb auch Arterien im Hirn, im Darm oder in den Armen betreffen. Das ist aber selten. Wenn man von einer PAVK spricht, geht es in den meisten Fällen um die Schlagadern der Beine. Ein häufiges Warnzeichen für eine PAVK sind deshalb Schmerzen beim Gehen, vor allem in den Waden, in den Oberschenkeln oder im Gesäß. Die Beschwerden hängen vom Ort der Engstellen ab, die auch in mehreren Bereichen gleichzeitig auftreten können. Die Beschwerden treten beispielsweise beim Treppensteigen auf oder nach längeren Märschen. Im fortgeschrittenen Stadium auch, wenn man sich ausruht und die Beine hochgelegt hat. Aber auch eine kühle, bleiche und marmoriert aussehende Haut, trockene Haut an den Beinen und Füßen oder eine starke Verhornung der Fußsohlen können Zeichen für eine Mangeldurchblutung infolge einer PAVK sein. Das gleiche gilt für ungewöhnlich langsam wachsende Fußnägel oder den Verlust der Beinbehaarung. Erektionsstörungen oder kleine Wunden, die schlecht heilen, deuten ebenfalls auf Durchblutungsstörungen hin. Unbehandelt kann eine PAVK schlimme Konsequenzen haben. Wenn das schlecht durchblutete Gewebe nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird, kann es absterben. An den Unterschenkeln können sich dann zum Beispiel Geschwüre bilden, die nicht mehr abheilen. Diese Geschwüre nennt man ulcus coris. Aus so einem Geschwür wird mit der Zeit meistens eine offene und häufig auch nässende Wunde. Solche Wunden heilen oft gar nicht mehr. Sie werden deshalb auch chronische Wunden bezeichnet. Umgangssprachlich nennt man das dann auch häufig offenes Bein. Im Extremfall, der leider gar nicht so selten ist, hilft dann nur noch eine Amputation des betroffenen Beins. Die Grunderkrankung, als deren Folge eine PAVK auftreten kann, ist die Atherosklerose. Umgangssprachlich sagt man dazu meist auch einfach Gefäßverkalkung oder auch Arterienverkalkung. Menschen mit einer PAVK haben also auch immer Atherosklerose und damit auch ein deutlich erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Bei Verdacht auf eine PAVK sollte daher auch das gesamte Herz-Kreislauf-System gründlich untersucht werden. Wie bei zahlreichen anderen Erkrankungen hängt das Krankheitsrisiko auch im Fall von Atherosklerose und oder PAVK von vielen Faktoren ab. Den größten Einfluss haben vor allem der Lebensstil, das Alter und auch die Vererbung. Wenn ich Lebensstil sage, dann denke ich vor allem ans Raupen, an ungesunde Ernährung und an mangelnde Bewegung. Diagnostiziert wird eine PAVK typischerweise bei Menschen, die sich in ihrem dritten Lebensdrittel befinden, also über 50 sind und die obendrein noch den einen oder anderen der folgenden Risikofaktoren haben. Rauchen, Übergewicht, hoher Blutdruck oder Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder eine Fettstoffwechselstörung. Im Frühstadium der Schaufensterkrankheit geht es hauptsächlich darum, die gerade von mir aufgezählten Risikofaktoren zu beseitigen. Konkret heißt das, hör endlich aufzurauchen. Nimm ab, wenn dein Körpergewicht zu hoch ist. Ernähre dich gesund und bewege dich regelmäßig. Unterstützt werden diese Lebensstilmaßnahmen in der Regel durch eine medikamentöse Therapie. Das können zum Beispiel Mittel zur Hemmung der Blutgerinnung sein. Verschrieben werden oft auch moderne Statine in hoher Dosierung zur Behandlung von erhöhten Blutfettwerten und Gefäßentzündungen. Bei Menschen mit Diabetes ist es entscheidend, den Blutzuckerspiegel durch eine angepasste Ernährung und mithilfe von Insulin oder Medikamenten korrekt einzustellen. Außerdem müssen sie konsequent auf die Bildung von Druckstellen an den Füßen achten und das richtige Schuhwerk tragen. Egal welche Medikamente dir verschrieben werden, es ist ganz wichtig, dass du sie regelmäßig einnimmst. Denn das Nicht-Einnehmen der Medikamente ist bei einer PAVK ein häufiger Grund für Herz-Kreislauf-Komplikationen und Amputation. Ich finde Muskelschmerzen, die sehr selten als Nebenwirkungen bei der Einnahme von Statinen auftreten können, sind im Vergleich dazu das kleinere Übel und können meist durch die Änderung der Dosierung oder des Arzneimittels behoben werden. Die allein bei Belastung auftretenden Beschwerden, also zum Beispiel die Wadenschmerzen, die nach dem Stehenbleiben wieder aufhören, sollten heutzutage primär mit regelmäßigem Gefäßsport behandelt werden. Hierzu gehört vor allem das Gehtraining. Denn durch das Hineinlaufen in den Schmerz bis zur maximalen Schmerzintensität wird die Bildung von Umgehungskreisläufen, sogenannten Kollateralgefäßen im Bein angeregt. Im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit wird die Durchblutung der betroffenen Gewebe in der Regel operativ verbessert. Das gilt vor allem dann, wenn bereits Wunden auftreten, die nur noch schlecht oder gar nicht heilen. Dann sollte dies sogar möglichst zeitnah geschehen. Am besten innerhalb von 14 Tagen. Die häufigsten gefäßchirurgischen Verfahren, die dann zum Einsatz kommen, sind sogenannte minimalinvasive Katheter gestützte Verfahren. Sie werden auch als interventionelle oder endovaskuläre Verfahren bezeichnet. Minimalinvasiv bedeutet, dass man möglichst wenige und möglichst kleine Schnitte macht. Das ist dann eher ein großer Pieks in der Haut als ein länglicher Schritt. Durch die Öffnung kann man dann Ballons oder flexible Drahtgeflechte, sogenannte Stents oder Gefäßstützen, in die Blutgefäße einführen, um die Engstellen aufzudehnen und offen zu halten. Eine andere Möglichkeit sind offene OPs, bei denen die Schnitte in der Haut größer sind. Solche Operationsverfahren bieten sich zum Beispiel an, wenn man ein über viele Zentimeter verstopftes Beingefäß durch einen Bypass überbrücken will. Ein Bypass ist ein künstlicher Umgehungskanal für das Blut. Im Rahmen einer offenen OP können verstopfte Blutgefäße auch ausgeschält werden. Je nach Krankheitssituation kann es auch sinnvoll sein, die verschiedenen Operationsverfahren zu kombinieren. Das nennt man dann Hybrid-OP oder Hybrid-Therapie, bei der die Vorteile aller Operationsverfahren sinnvoll miteinander kombiniert werden. Welche genaue Behandlung für dich in Frage kommt, hängt vom Ausmaß deiner Erkrankung ab. Ebenso müssen dein allgemeiner Gesundheitszustand, dein Lebensstil und eventuell andere Krankheiten berücksichtigt werden. Über deine individuelle Situation sprichst du daher am besten in aller Ruhe mit deiner Ärztin oder deinem Arzt. Die Therapie einer PRVK ist oft eine Gratwanderung zwischen zu viel Therapie und zu wenig Therapie. Ob dir ein gefäßchirurgischer Eingriff zur Verbesserung der Durchblutung helfen kann, muss deshalb gut abgewogen werden. Als erfahrener Gefäßchirurg weiß ich, dass viele Patientinnen und Patienten davon profitieren. Manche aber auch nicht.